Das ist mir sehr wohl bewusst, dass es viele Spekulanten, vielleicht auch Investoren gibt, die sagen, Wasserstoff, Brennstoff zählen, das ist die absolute Zukunft. Diese Technologie wird nicht mehr wegzudenken sein, wenn wir von erneuerbaren Energien sprechen. Und trotzdem sage ich, Ballet Power ist ein Paradies für Short-Seller. Und warum das so ist, das werden wir uns aus fundamentaler Sicht anschauen. Wir werden uns nicht nur den Umsatz und den Gewinn und die Erwartungen der Analysten ansehen, sondern wir werden uns auch die Bewertung dieses Unternehmens anschauen und wir werden uns das Ganze auch aus technischer Sicht anschauen. Nun ist es so, dass ich schon einmal im Jahr 2019, als noch die Cannabis-Aktien der absolute Hype waren, gezeigt habe, warum aus meiner Sicht Aurora Cannabis, was damals in aller Munde war, eher eine größere Wahrscheinlichkeit hat, zunächst in Richtung der 200-Wochen-Linie runterzukommen, also in Richtung 50 Dollar. Damals notierte die Aktie knapp unterhalb von 100 Dollar und dass das auch für mich keine Kaufzone ist, sondern gerade wenn diese Zone nicht halten sollte, dass dann sogar eine Ausweitung des Ausverkaufs wahrscheinlicher ist. Erst gab es eine erste bullische Bewegung, die Aktie ist um weitere 10-15% gestiegen, da gab es schon die ersten kritischen Stimmen und der Rest ist Geschichte. Nun würde ich nicht so weit gehen zu sagen, dass Ballad Power jetzt um 90% so ähnlich wie Aurora Cannabis ausverkauft werden kann und doch muss man sagen, im Moment sind die Risiken eindeutig abwärts gerichtet. Und deswegen werde ich zeigen, warum Aurora für mich keine Investition ist, keine Spekulation auf der Long-Seite ist, sondern wenn, muss man diese Aktie, und wir werden uns auch anschauen, auf welchem Kursniveau das interessant ist, auf der Short-Seite. Für diejenigen, die sich überhaupt nicht mit Wasserstoff auskennen, ich würde gerne einmal kurz ausholen und nochmal erklären, Wasserstoff, Brennstoffzelle, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Für die einen ist Wasserstoff der Powerstoff, denn Wasser plus Strom ergibt Wasserstoff, relativ einfach. Und es ist die sauberste Möglichkeit, erneuerbare Energie zu speichern. Es hat einen dreifachen Brennwert im Vergleich zu Diesel und Benzin und hat einen Riesenvorteil, es hat nämlich ein sehr geringes Gewicht, wenn man das zum Beispiel mit Lithium-Ionen-Batterien vergleicht, die sehr schwer sind. Und es wird sehr viel Geld in Forschung gesteckt von Brennstoffzellen und von Wasserstoff und es wird auch von der EU gefördert, aber auch gerade asiatische Länder, China, Südkorea, aber auch Japan fördern aktuell Forschung im Bereich Brennstoffzellen. Für die anderen ist Wasserstoff aber auch der Kopfschmerzstoff, denn es ist sehr träge in der Übertragung, das heißt, wenn es zum Beispiel sehr kalt ist, dann muss es erstmal erhitzt werden, damit es benutzt werden kann. Wenn es sehr heiß ist, muss es gekühlt werden und deswegen ist es für einen Picker, wie man ständig anfährt und stoppt und anfährt und stoppt, nicht so interessant. Es ist ein extrem hoher Druck, wenn man es lagert, deswegen müssen die Tanks, die man benutzt, auch diesen sehr, sehr hohen Druck aushalten können. Deswegen kann man gar keine so riesigen Tanks herstellen. Man hat einen sehr, sehr hohen Energieverlust, das heißt, von der Energie, die produziert wurde, zu dem, was am Ende in Anführungszeichen beim Reifen ankommt, ist es so, dass bei Lithium-Ionen-Batterien etwa 70% Verluste entstehen. Bei der Brennstoffzelle entstehen Verluste von bis zu 75%. Das heißt, man braucht im Grunde genommen dreimal so viel erneuerbare Energie, um genauso viel Strom zu haben, wie bei den Lithium-Ionen-Batterien, zumindest statt jetzt. Die Herstellung von Brennstoffzellen ist sehr teuer, weil dort nämlich zum Beispiel Platin eingesetzt wird, was auch dazu führt, dass die Wasserstoffautos deutlich teurer sind im Vergleich zu den, in Anführungszeichen, herkömmlichen Elektroautos. Viele sagen, dass das System längst nicht ausgereift ist und kritisieren auch die teilweise sehr geringe Lebensdauer. Und was für mich ganz wichtig ist, wenn so viele Probleme noch da sind, dann ist es unwahrscheinlich, dass so ein Problem innerhalb kürzester Zeit gelöst werden kann. Das heißt, dass wenn ich denn in Wasserstoffaktien investiere, dann besteht die Gefahr, dass mein Geld sehr lange rumliegt. Einfach nur, wenn wir uns die Technologie anschauen. Und was für mich immer ganz wichtig ist, ist, kann man eine Technologie auch in der Masse einsetzen? Und wenn ich sehe, wie wenige Tankstellen es gibt, egal ob wir jetzt Deutschland nehmen, ob wir jetzt USA nehmen oder China nehmen, in keinem Land gibt es mehr als 100 Tankstellen, dann ist es so, dass die Massentauglichkeit im Moment nicht gegeben ist und auch die Massenadaptation in den kommenden Monaten und wahrscheinlich ein bis zwei Jahren nicht gegeben sein wird. Das heißt, dass die Nutzung von Wasserstoff jetzt im positiven Sinne innerhalb kürzester Zeit explodiert, wie zum Beispiel das iPhone. Das iPhone kam in den Markt und hat den Markt im Sturm erobert. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß. Nun ist es so, dass die einen sagen, also zum Beispiel Elon Musk sagt, es ist ein Full Sail, es ist blöd, es ist albern, es wird niemals erfolgreich sein. Der stellvertretende Leiter des Helmholtz-Instituts, Professor Fichtner, sagt, dass die sehr, sehr schlechte Energieeffizienz es nicht sinnvoll macht, dass man die Brennstoffzelle und Wasserstoff im PKW-Bereich einsetzt und deswegen sieht er da nicht die Zukunft, sondern als Befürworter des Wasserstoffs als Energiespeichermedium sieht er das eigentlich im stationären Bereich. Diese Einschätzung wird zum Beispiel auch vom Professor für regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin, Professor Quatsching, geteilt. Der sagt, also für Autos ist es kaum zeitnah realisierbar, weil für Wasserstoffautos ist es wichtig, dass viele Wasserstoff importieren und das ist zeitnah überhaupt nicht zu realisieren. Aber die anderen, wie zum Beispiel der Leiter des Physikalisch-Chemischen Instituts an der Lancaster Universität sagt, es besteht die Möglichkeit, dass wir Wasserstoff-Brennstoffsysteme bekommen, die ein Viertel dessen kosten, was aktuell Lithium-Ionen-Batterien kosten, die sogar eine viel weitere Distanz, viel größere Distanz ermöglichen werden. Ja, deswegen ist es durchaus so, entnehme ich dem Ganzen, dass es eine vielversprechende Technologie ist, die im Moment eher interessant zu sein scheint, zum Beispiel für Schiffe oder Flugzeuge, weil es sehr leicht ist und eher interessant ist, wenn es in der Dauerbenutzung ist und dass es auch sehr interessant ist als Energiespeicher, aber dass noch sehr viel Entwicklung durchgeführt werden muss, damit Wasserstoff in der Breite eingesetzt werden kann. Okay, das zum Thema Brennstoffzelle. Jetzt gucken wir uns mal Ballard Power an und ich sage immer, Zahlen lügen nicht. Wenn jemand mir sagt, meine Firma ist sehr erfolgreich, sage ich, okay, zeig mir deine Zahl. So, und dann kann man sehen, seit 2016 ist der Umsatz nicht wirklich gestiegen, wenn wir von einem Unternehmen sprechen, was jetzt irgendwie besonders wachsen möchte. Das heißt, wir sehen ein bisschen höher, ein bisschen weniger, ein bisschen höher, ein Wachstum von 15 Prozent von 85 Millionen. Also, das ist jetzt was anderes, wenn zum Beispiel Amazon um 15 Prozent wächst, als wenn ein Umsatz von 85 Millionen auf 106 Millionen geht. Okay, also starkes Wachstum ist nicht da. In dem Bereich möchte ich persönlich Wachstumszahlen sehen, jenseits der 30 Prozent, und zwar konstant, damit klar ist, was für mich Wachstum bedeutet. Gut, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Gewinn? Ist denn die Firma profitabel? Nein. Es ist so, dass Gewinn pro Aktie innerhalb der letzten Jahre eher zugenommen hat. Und man sagt ja pro Aktie, dann interessiert mich immer ja, wie viele Aktien gibt es denn? Und dann sieht man also, die Anzahl der Aktien hat sich nahezu verdoppelt in den letzten fünf Jahren. Und nun ist es jetzt nicht so, dass Aktien auf den Bäumen wachsen, sondern Aktien werden von Unternehmen ausgegeben. Wenn ich also sehe, es gibt mehr Aktien und es gibt mehr Verlust pro Aktie, dann ist es nicht nur so, dass meine Investition, wenn ich denn dort investiert wäre, verwässert worden ist in den letzten Jahren, sondern der Verlust wurde sogar deutlich ausgeweitet, weil das ja hier nochmals Verlust pro Aktie ist. Also, kein Wachstum. Verwässerung plus mehr Verlust. Okay, was macht denn der Chart? Vielleicht ist es ja so, dass man das zwar in den Zahlen nicht sehen kann, aber Produkte in der Pipeline sind und dass die Investoren an die Zukunft glauben. Zum Beispiel hat der Tesla auch lange Zeit katastrophale Zahlen, aber der Chart ging immer weiter nach oben. Oh, also der Chart sieht eher aus wie eine L-Form. Es gab viele Unternehmen, ich habe das jetzt nicht dargestellt, die in der Blase, man kann es Internetblase nennen oder .com-Bubble, extrem nach oben geschossen sind. Aber alle wurden mehr oder minder ausverkauft. Einige gibt es nicht mehr, andere haben sich sehr stark erholt. Bei Ballot-Power ist es eher eine L-Form. Und wir werden den Chart nochmal uns ganz genau auch in einer kleineren Zeit anschauen. Das, was ich sehen kann, ist, es war mal hier die Zone um die 14 Dollar. War Unterstützung, da wo zum Widerstand ist, zum Widerstand ist, nochmal zum Widerstand. Wir waren genau an der Widerstandszone. Okay. Gut, das heißt, auch technisch sieht das Bild nicht gut aus. Gut, dann ist es wichtig, als man auch mal guckt, vielleicht wissen die Analysten etwas, was ich nicht weiß. Was sagen denn die Analysten? Wann glauben die, wann der Turnaround sein wird? 2023 erwarten sie. Das heißt also, noch drei Jahre. Und nachdem in den letzten Quartalen Ballot-Power eher Zahlen gebracht hat, die unter den Erwartungen lagen, ist es so, dass die Analysten den möglichen Zeitpunkt des Turnarounds immer weiter nach hinten verschoben haben. Deswegen muss es nicht so sein, dass 2023 der Turnaround erreicht wird, sondern das kann sogar noch etwas später sein. Okay, also kein Wachstum. Das Unternehmen macht miese. Das Unternehmen verwässert die Aktien. Der Chart sieht nicht gut aus. Die Analysten sehen das Unternehmen nicht positiv. Was sagt denn das Unternehmen selbst? Was geben die für einen Ausblick? Wenn ich mir die letzten Quartalszahlen angucke, dann gibt das Unternehmen keinen Ausblick. Die sagen aufgrund des frühen Stadiums, des Wasserstoff-Brennstoff-Zellmarktes und dessen Entwicklung, können wir keinen spezifischen Finanzausblick geben. Puh. Okay. Das heißt, ich soll in eine Aktie investieren, die vom Unternehmen selbst nicht wirklich einen Ausblick hat. Okay, aber auch nicht wegen Corona. Das Ganze ist rausgekommen, bevor die Corona-Pandemie besonders stark geworden ist. Das ist für diejenigen, die sagen so, okay, das lag aber eher an der Corona-Pandemie. Nein, es steht, Verzeihung, ausdrücklich drin, dass die Corona-Pandemie in diesen Zahlen nicht berücksichtigt ist. Okay, ohne die Berücksichtigung erwarten sie aber so geschätzten Umsatz von 130 Millionen. Wir haben gesehen, die haben zuletzt Umsatz gemacht von etwa 105 Millionen US-Dollar. Dann interessiert mich, okay, wie kommt ihr denn auf die 130 Millionen? Wenn sie Großaufträge haben, müssen sie es ja auf der Seite angegeben haben. Also gehe ich auf die Seite von Ballot Power, war ich ja schon vorher, und gucke mir mal so die neuesten Releases an und sehe, der letzte Großauftrag ist vom Dezember 2019. Immerhin über 19,2 Millionen. Wer ist denn der Auftraggeber? Weichai Ballot. Wenn man dann weiterliest, dann versteht man, dass das ein Joint Venture ist, wie das hier steht, und zu 49 Prozent Ballot Power selbst daran beteiligt ist. Das heißt, von diesen 20 Millionen sind eigentlich 10 Millionen Auftrag an sich selbst. Das heißt, das mögliche Wachstum, was 25 Millionen beträgt, ist 20 Millionen dieser Auftrag. Okay. Also auch Ausblick des Unternehmens zumindest für mich nicht überzeugt. Dann gibt es doch eine letzte Möglichkeit, eine Aktie zu bewerten. Da kann man sagen, okay, sie wächst vielleicht nicht, und Analysten sind pessimistisch und eine Chart sieht schlecht aus, aber vielleicht ist es so, dass die Aktie sehr günstig bewertet ist, und dass die Aktionäre das im Moment nicht erkennen und die Aktie so durchs Raster fällt. Natürlich kann man sich KGV anschauen, aber um KGV zu haben, muss das Unternehmen Gewinn machen. Wenn es das nicht gibt, dann kann man das sogenannte KUV benutzen. Das ist Kursumsatzverhältnis. Was bedeutet Kursumsatzverhältnis? Das bedeutet, dass man sich eine Aktie anschaut und guckt, wie wird sie notiert. Zum Beispiel Adidas notiert ungefähr, wie ich nichts Falsches sagen, bei 210 Euro. Dann schaut man sich, wie viel macht das Unternehmen an Umsatz pro Aktie. Umsatz pro Aktie. Und dann teilt man den aktuellen Kurs durch den Umsatz pro Aktie. Und je niedriger dieser Wert ist, desto günstiger ist die Aktie. Im Übrigen ist es zum Beispiel so, dass die Adidas-Aktie eines der Aktien ist, die wir in unser Performance-Depot aufgenommen haben. Und es hat bereits über 10% an Performance gebracht, seitdem wir die Aktie aufgenommen haben. Tesla, was ja als sehr stark oder sehr hoch bewertet eingestuft wird, hat ein Kursumsatzverhältnis von 5,9. Ballad Power hat ein Kursumsatzverhältnis von 22,4. Also sehr teuer, kein Umsatzwachstum, leider miese, leider keine positiven Ausblicke, weder von den Analysten noch von den Unternehmen selbst. Das heißt fundamental, tut mir leid, sehe ich, dass die Brennstoffzelle interessant werden kann, aber auch nicht kurzfristig. Und ich habe auch noch eine sehr überteuerte Aktie, die keinen Gewinn macht. Wenn ihr übrigens sagt, ich finde das richtig klasse, wie der fundamental an die Aktie rangeht, denn es ist ja im Moment en vogue, dass man sich vor die Kamera setzt und ein bisschen locker nett über ein Unternehmen sich unterhält, aber nicht wirklich in die Tiefe geht. Wenn ihr sagt, das finde ich richtig gut, dann lade ich euch herzlich ein, informiert euch über unser Performance-Depot. Das ist ein Depot, in dem wir sehr langfristig in Aktien investieren. Und ich hatte beim letzten Mal, als ich das angesprochen habe, die Info bekommen, dass jemand gesagt hat, also irgendwie klingt das für mich nach Scam. Also warum kostet das 499 Euro? Warum so ein großer Preis nachlass? Aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin nicht der Typ, der, wenn er investiert, 100% seines Kapitals einsetzt. Ich halte das für falsch. Deswegen möchte ich mich auch nicht am DAX messen lassen. Und wir haben gerade eine unsichere Zeit. Deswegen halte ich es für falsch, 100% des Kapitals sofort in etwas hinein zu investieren. Sondern wir arbeiten im Moment mit einem sehr hohen Cash-Bestand. Und deswegen ist es so, dass ich es auch für nicht angemessen halte, zu sagen, okay, ich will jetzt sofort diesen Preis haben. Deswegen ist es auch bis zum 30.06. noch völlig kostenlos zu nutzen, wenn man eine Buchung vorgenommen hat. Und weil ich kein Log-Angebot machen will, dass ich sage, okay, weißt du was? Das erste Jahr ist 499, danach musst du aber 1200 zahlen. Sag ich, okay, wer jetzt reinkommt, der kann das dann auch dauerhaft für 499 Euro nutzen. Bis wir sagen, okay, wir haben jetzt mittlerweile ein Investitionspool getätigt, von dem wir dann auch überzeugt sind, dass es die 1200 Euro absolut gerechtfertigt macht. Deswegen seid ihr herzlich angeladen, wenn ihr sagt, mir gefällt, wie ihr Unternehmen bewertet, euch darüber zu informieren. Bevor wir noch zu den Charts zu sprechen kommen, was macht eigentlich das Konkurrent? Was macht die Konkurrenz? Denn wisst ihr, wenn ich mich für eine Aktie entscheide, dann will ich immer wissen, was macht eigentlich der Sektor? Vielleicht ist es ja so, dass es im Sektor sehr viele Unternehmen gibt, die gerade hoch profitabel sind. Sind sie aber nicht. Die machen alle nach wie vor miesig. Ja, es gibt das ein oder andere Unternehmen, was im Bereich Umsatz etwas besser ist, aber die kommen dann von einstelligen Millionensummen und machen jetzt so viel Umsatz wie Ballard Power. Das heißt, dieser gesamte Sektor ist im Moment nicht profitabel. Damit fundamental für mich diese Aktie eher short. Jetzt gucken wir uns nochmal den Chart an. Man muss auf jeden Fall sagen, dass die Aktie, und das muss man bitte sich klar machen, seit etwa einem Jahr insgesamt einen Anstieg gesehen hat von 180%, in der Spitze sogar 300%. Jetzt könnte man also sagen, naja, guck mal, die Aktie hat immerhin 30% seit dem 52 Wochen hoch abgegeben. Erstens, zweitens, das, was wir sehen können, ist dieser Ausverkauf, ist ja zustande gekommen, aufgrund der Corona-Pandemie, und deswegen ist das spekulative Geld rausgegangen. Und ähnlich wie die Börsen und die Indizes, hat Ballard Power hier einen Anstieg wieder hingelegt. Das heißt, das, was man sehen kann, ist, wir sehen also hier den Anstieg, da gibt es den Ausverkauf in Richtung einer starken Unterstützung, jetzt gibt es den nächsten Anstieg, und der Markt konsolidiert das Ganze sogar, wenn man sich das so anschaut, fast schon Bullish. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben also hier einen Anstieg von etwa 7 auf 10 und seitdem läuft der Markt seitwärts und versucht sich praktisch an diese 10 Dollar Marke zu gewöhnen. Richtig. Das, was aber anders ist, im Vergleich zum Beispiel zum S&P 500, zum Nasdaq oder auch zum DAX, DAX und Co. hatten ihre Volumen-Peaks hier im Bereich der Tiefs nicht im Ausverkauf. Und wenn ich mir das aber ansehe, was bei Ballard Power passiert ist, hier sehe ich die Peaks der Volumina, wo ist denn das? Oh, das ist hier im Bereich der Hochs. Hier. Das spricht eher dafür, dass hier im großen Stil die eher Institutionelleren verkauft haben. Bedeutet, bis zum Beweis des Gegenteils, ist es so, dass dieses Unternehmen, aus meiner Sicht, hier in dieser Zone, falls die hier hinkommen wollen, mit dieser sehr großen Lücke, bei 11,70 Dollar, eine sehr, sehr starke Widerstandszone hat. Es ist hier eine horizontale Widerstandsmarke, die wird mit Karacho rausgenommen, wird einmal Unterstützung, macht ein Bounce, fällt durch, sieht man es, und dann versucht die Aktie wieder rüber zu kommen. Und dann sagen die Bäreniert, und dann kommt der Ausverkauf. Das heißt, für den Fall, dass tatsächlich diese aktuelle Konsolidierung sogar bullisch aufgelöst werden kann, ist für mich die 12 Dollar Marke ein Short Einstieg. Dann haben wir noch stärker überbewertete Aktien. Jetzt kommt das ganz große Aber. Aber, wenn ich sehe, dass der Markt ein Volumenpeak an den Hochs hat, dann kann ich leider nicht sagen, okay, weißt du was, die Aktie ist hier gestiegen, hat hier ein Pullback gemacht, und jetzt geht das hier weiter. Das ist falschrum analysiert, denn Volumenpeak bedeutet immer, aus meiner Sicht, eher nachhaltige Trendumkehr. Das, was ich eher sehe, ist, hier gibt es den Ausverkauf, und im Moment verdaut gerade die Börse diesen Ausverkauf. Das heißt, ich sehe eher hier den Ausverkauf, hier die Konsolidierung, und spätestens mit der steigenden Zonertagelinie, falls diese Zone zusammenfällt mit der 8 Dollar Marke, und wenn das bärisch aufgelöst wird, dann sehe ich sogar übergeordnete Ziele in Richtung 5 Dollar. Aus technischer Sicht. Jetzt kann man sagen, na gut, also bis 8 Dollar ist noch viel Platz, bis 12 Dollar ist noch viel Platz. Warum ist es denn jetzt gerade ein Paradies für Bären? In dem Augenblick, in dem wir diese aktuelle Range, hier, mit der Unterstützung, um 9,30 und im Widerstand 99, was jetzt erst gerade angefangen hat, länger ausbauen können, ohne wirklich nachhaltig über die 10 Dollar zu gehen, wäre für mich sogar der Bruch, spekulativ, denn in der 9 Dollar Marke ebenfalls ein Short Einstieg. Fasse zusammen, für den Fall, dass die Aktie etwas höher kommt, auch in Richtung 11 Dollar, spekulativ aus meiner Sicht eher ein Short Einstieg. Ich will das nochmal kurz im Monatschart zeigen. Man sieht hier, wie immer wieder die 10 Dollar Marke gekappt wird. Deswegen ist das hier auf Monatsschlusskursbasis 11 Euro, auf Tagesschlusskursbasis eine spekulative Widerstandszone, aller spätestens 12 Dollar wird schwierig. Wer es ganz konservativ macht, der wartet ab, dass diese Aktie, diese aus meiner Sicht mehr bärische Formation, die so aussieht, dass sie sich wirklich stark ausbildet, die 200 Tage in die dazu kommt, und dann den Bruch dieser mehrfachen Unterstützung bärisch auflöst. Nochmals, wir kriegen Ausverkauf, im Ausverkauf kriegen wir Volumen, in der Aufwärtswelle kriegen wir kein Volumen, ist eher indikativ für eine solche Bewegung. Und das ist die ganz konservative, spekulativ aus meiner Sicht die Zone um die 98, 9 Dollar. Ist das jetzt in Stein gemeißelt? Natürlich nicht. Für den Fall, was im Moment eher unwahrscheinlich ist, für den Fall, dass es Ballot Power gelingt, große und echte an Land zu ziehen, die dazu führen, dass der Umsatz des Unternehmens signifikant steigt. Dann ist diese Analyse, die ich hier gerade gezeigt habe, passé. Aufgrund der Tatsache, dass es in den letzten 5 Jahren nicht gelungen ist, ist es einfach aufgrund der Wahrscheinlichkeit nicht besonders hoch, dass das gelingen kann. Falls ihr sagt, so wie er nicht nur fundamental eine Aktie bewertet, sondern auch technisch an diese Marken rangeht, würde ich total interessant finden, das Traden von dir zu lernen, damit ich meine Entscheidungen mit mehr System treffe. Denn ich erlebe es immer wieder, dass Kleinanleger, ach ich habe ein gutes Gefühl oder so, ach komm lass mal mutig sein und reinspringen. So ihre Entscheidungen treffen. Lade ich euch herzlich ein, lernt Traden von der Pike auf in einem Programm, was 12 Monate dauert, was überwiegend online stattfindet, aber auch ein dreitägiges Seminar beinhaltet, wo ihr exakt unser System lernt und vor allen Dingen, ich bin jeden Tag für die Mentoschüler da. Mit Updates, sowohl fundamental als auch technisch und ich trade live. Das heißt, es ist nicht so, dass ich nur ein theoretisches System beibringe, sondern ihr erlebt mich tagtäglich, indem ich ein Konto trade, wo wir in einem Jahr und acht Monaten 30% ertraden konnten und das geht nicht darum, dass man jetzt in der Spitze 30% hat, sondern die Konstanz, mit der wir arbeiten. Plus, weil ich weiß, dass das, was wir machen, hochgradig exzellent ist, sage ich, nach sechs Monaten, nachdem man auch am Seminar teilgenommen hat, unser System gelernt hat, danach kann man immer noch sagen, das war nichts, ich habe nichts gelernt, gib mir mein Geld zurück. Das heißt, ihr könnt sechs Monate meine Dienste nutzen, zum Seminar kommen, das ist einmalig im deutschsprachigen Raum und danach könnt ihr immer noch sagen, okay, finde ich nicht gut, was du machst und dann gibt es eine Geld-Rückgabe-Garantie. In diesem Sinne, wenn euch das interessiert, informiert euch sehr gerne, würde ich mich freuen. Plus, falls die Ausgabe euch gefallen hat, dürft ihr das sehr gerne positiv bewerten und unseren Kanal abonnieren, damit ihr weitere Ausgaben nicht verpasst, die Glocke aktivieren. Gehabt euch wohl.